Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Was bricht das Fasten? Zusammengefasst sind es circa acht Sachen. Es gibt sowohl Sachen, die das Fasten brechen, worin sich die Gelehrten einig sind, zum Beispiel der Geschlechtsverkehr, das Essen und Trinken oder der Abfall vom Islam, die Menstruation und so weiter. Das sind Sachen, worin sich die Gelehrten einig sind. Und dann gibt es andere Sachen, worin sie sich nicht einig sind. Und dazu kommen wir gleich. Die erste Sache, die das Fasten bricht, ist der Geschlechtsverkehr. Allah erwähnt in der ungefähren Bedeutung, in Surah 2, Vers 187, Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat und esst und trinkt, bis sich für euch der Weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Und dieser Vers ist unter anderem ein Beweis dafür, dass der Geschlechtsverkehr tagsüber während des Fastens nicht erlaubt ist, sondern nur am Abend, wo man essen und trinken darf. Und dadurch, dass die Grenze bis zur Morgendämmerung gesetzt wurde, bedeutet dies demnach, dass es danach verboten ist. Also nach der Morgendämmerung, also nach dem Zeitpunkt, wo man anfängt zu fasten, ist der Geschlechtsverkehr nicht erlaubt. Und wir haben auch in einer sehr bekannten Überlieferung, die wir unter anderem bei Al-Bukhari und bei Muslimen finden. Bei Al-Bukhari ist diese Überlieferung gekürzt. Dort finden wir, dass Allah der Erhabene sagt, Also, dass der Fastende seine Gelüste und sein Essen meinetwegen unterlässt. Das ist ein Hadith Qudsi, wo Allah der Erhabene spricht. Und weil Allah hier sagt, dass der Fastende seine Gelüste unterlässt für mich, ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass Geschlechtsverkehr nicht erlaubt ist. Und dass dies zu den Dingen zählt, die das Fasten brechen. Und es gibt noch andere Belege dafür, wie unter anderem die Geschichte bei Al-Bukhari und bei Muslimen, wo der Mann zum Propheten sagt, Helektu, ya Rasulallah, also ich bin vernichtet, du Gesandter Allahs. Der Prophet fragte ihn dann, was los sei. Und er dann erzählte, dass er während des Fastentages mit seiner Frau schlief oder über sie hergefallen ist. Und der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bestätigte das auch, dass das nicht erlaubt, was natürlich darauf hinweist, dass es etwas Verbotenes ist. Und wofür es dann auch die Sühneleistung gibt, die in dem Hadith erwähnt wird. Das sind alles Beweise dafür, dass der Geschlechtsverkehr das Fasten bricht und nicht erlaubt ist während des Fastens. Was ist jetzt mit dem Vorspiel? Oder mit Sachen wie das Küssen und die Berührungen etc.? Hier kommt es darauf an. Wenn der Mensch von sich weiß, dass er sich kontrollieren kann, dann darf er es tun. Und wenn er weiß, dass er sich nicht kontrollieren kann, dann ist es nicht erlaubt, denn die Usuliyun, die haben eine Regel. Und diese Regel besagt, dass die Angelegenheiten, entsprechende Ziele entschieden werden. Ich gebe euch ein Beispiel, damit wir das besser verstehen. Das Urteil über den Verkauf eines Autos ist, dass es erlaubt ist. Man darf sein Auto verkaufen. Was ist aber, wenn du weißt, dass derjenige, der dein Auto kaufen will, mit diesem Auto zu einer Person fahren möchte, um ihn dann anschließend zu töten? Du weißt es und er möchte jetzt von dir das Auto kaufen. In diesem Fall ist es verboten, dass du ihm dein Auto verkaufst. Warum? Weil dieses Auto ein Mittel ist zum Zweck. Und zwar, dass er jemanden ermorden möchte. Und demzufolge ist das Mittel verboten, weil der Zweck an sich verboten ist. Und das verhält sich in vielen Angelegenheiten so. Ein anderes Beispiel. Du besitzt eine Wohnung und jemand möchte diese Wohnung mieten. Und du weißt, dass die Person, die diese Wohnung mieten möchte, daraus ein Bordell machen möchte. Bei Allah suchen wir unsere Zuflucht. Dann ist es dir nicht erlaubt, ihm diese Wohnung zu geben, wenn du von vornherein weißt, dass er daraus ein Bordell machen möchte. Obwohl grundlegend ist es erlaubt, eine Wohnung zu vermieten. Aber wenn du weißt, was das Ziel dieser Vermietung ist, und zwar, dass er damit ein Bordell eröffnet, dann ist es für dich nicht erlaubt, ihm diese Wohnung zu vermieten. Und ähnlich verhält es sich mit anderen Sachen. Das ist der erste Punkt, der Geschlechtsverkehr. Der zweite Punkt ist das Austreten von Sperma mit eigenem Willen. Warum mit eigenem Willen? Weil es auch sein kann, dass es austritt aufgrund einer Krankheit oder während des Schlafens. Und in diesen Fällen würde es das Fasten nicht brechen. Wenn es allerdings bewusst und mit Absicht geschieht, wie zum Beispiel durch die verbotene Selbstbefriedigung oder dem Vorspiel mit der Frau und so weiter, dann bricht es das Fasten. Der dritte Punkt, das Essen und Trinken. Und der Beweis unter anderem für das Essen und das Trinken finden wir auch in der Suche 2, Vers 187. Die vierte Sache, die das Fasten bricht, das, was im Sinne des Essens und des Trinkens ist. Was bedeutet das? Beispielsweise die Nahrung, welche man durch Schläuche zugeführt bekommt. Denn die ersetzen ja die Nahrung und bekommen demzufolge dasselbe Urteil. Fünftens, das absichtliche Brechen. Und hier finden wir die Überlieferung im Sunnan-Werk von Abi Dawud unter anderem und bei Atirmidhi und An-Nasai etc. In der Überlieferung von Abu Huraira, wo der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagt, Wem das Erbrechen überkommt, während er fastet, der muss nichts nachholen. Wenn er aber absichtlich erbrochen hat, muss er nachholen. Das heißt, wenn es ihm überkommt und er sich unfreiwillig übergibt, dann bricht es das Fasten nicht. Wenn er allerdings absichtlich bricht, dann bricht es auch das Fasten. Sechstens, Hijama, das Schröpfen. Was ist das? Das ist die Entfernung des schmutzigen Blutes vom Körper. Und hierin gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Und die Hanabiler sind der Meinung, und eine Anzahl der rechtsschaffenden Vorfahren sind der Meinung, dass es das Fasten bricht. Und sie nehmen hierzu als Beweis die Überlieferung, die wir auch unter anderem bei Sunan Abi Dawood finden, أَفْطَرَ الْحَجِمْ وَالْمَحْجُومِ Der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm kam eines Tages an einem Mann vorbei, der sich gerade schröpfen ließ. Und dann sagte der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm zu diesem Mann, Sowohl derjenige, der das Schröpfen durchführt, als auch derjenige, für den es durchgeführt wird, haben ihr Fasten gebrochen. Und das ist der Beweis, den die Hanabiler und eine Anzahl der rechtsschaffenden Vorfahren als Beweis nutzen, um zu belegen, dass das Schröpfen, also die Hijama, das Fasten bricht. Es gibt allerdings auch eine andere Meinung, und das ist die Mehrheit der Gelehrten, die sagt, dass es das Fasten nicht bricht. Und ihr Beweis ist unter anderem eine Überlieferung bei Al-Bukhari, wo Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, Das ist der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm, sich schröpfte, als er im Ihram-Zustand war und sich schröpfte, als er fastete. Imam Ahmad, Allah erbarme sich seiner, er hat den Wortlaut für falsch erklärt. Demzufolge hat einer der Überlieferer einen Fehler gemacht und dieses Wort hinzugefügt. Und die Version, die wir sowohl bei Bukhari und Muslim finden, in ihren beiden Sahih-Werken, lautet wie folgt, wahua muhrim, ohne den Zusatz wahua sa'im. Und den Zusatz mit wahua sa'im erwähnt Bukhari nur alleine. Also das heißt, sie haben einmal die Überlieferung, wo nur wahua muhrim, also dass der Prophet sich schröpfte, als er im Ihram-Zustand war, das überliefern sowohl Bukhari und auch Muslim. Und Bukhari alleine überliefert noch die andere Überlieferung, wo es heißt, wahta jamawahua sa'im, und dass der Prophet sich schröpfte, als er fastete. Diese Überlieferung überliefert Bukhari alleine. Und das ist auch das, was unter anderem Ibn Taymiyyah und Ibn Al-Qayyim und andere Gelehrte sagten. Und zusammengefasst existiert hier eine Meinungsverschiedenheit. Die einen Gelehrten sagen, dass es das Fasten bricht, und die anderen sagen, dass es das Fasten nicht bricht. Und Allah weiß es am besten. Ibn Taymiyyah hat auf etwas Interessantes hingewiesen. Und zwar, dass alles, was das Fasten bricht, entweder den Körper stärkt, wie das Essen und das Trinken, oder den Körper schwächt, wie das Sich-Übergeben etc. Und hier könnte man fragen, warum bricht derjenige, der schröpft, sein Fasten? Derjenige, der sich schröpfen lässt, ist ja derjenige, an dem es vorgenommen wird. Aber warum bricht derjenige sein Fasten, der dies tut, der dies bei dem anderen tut? Weil bei ihm passiert ja nichts. Es wird kein Blut aus seinem Körper genommen oder sonst was. Der Grund kann darin liegen, und Allah weiß es am besten, dass die Menschen früher das Blut mit dem Mund hinauszogen. Und dadurch konnte man nicht gewährleisten, dass kein Blut in den Mund gelangt. Aber heutzutage ist es nicht mehr so. Heutzutage wird es nicht mehr mit dem Mund hinausgezogen. Dann stellt sich natürlich die Frage, gilt das heutzutage dann auch noch? Und Allah weiß es am besten. Am sichersten ist, dass man sich nicht während des Fastens schröpft. Das ist die sicherste Meinung. Und so bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, und Allah weiß es am besten. Die siebte Sache, die das Fasten bricht, ist die Menstruation und das Wochenbett. Und die achte Sache ist der Abfall vom Islam. Wenn der Muslim also während des Fastens vom Islam abfällt, möge Allah uns bewahren, dann ist das Fasten ungültig. Genauso wie alle anderen seiner guten Taten. Alle guten Taten werden zunichte gemacht, wenn er vom Islam abfällt. Und dazu finden wir mehrere Beweise, unter anderem den Vers im Koran. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehten Staub machen. Das sind im Großen und Ganzen die Dinge, die das Fasten brechen. Und bei einigen dieser Punkte besteht eine Übereinkunft, das heißt, alle Gelehrte sind dieser Meinung. Und bei anderen Dingen gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, wie unter anderem beim Schröpfen. Allah weiß es am besten. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ